...Hirnberger Rassegesetze verkündet. Reichsbürger ist nur der staatangehörige Deutschen oder Artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und staatangehörigen Deutschen oder Artverwandten Blutes sind verboten. Nach diesen Nazi-Gesetzen war ich dann Vierteljüdin und meine Großmutter war zum Christentum.